hallo und herzlich willkommen nach einer auszupft planmäßigen folge kurze erklärung zu den mein desaster mit dem folgen ich wollte jetzt kurz das nur mal schnell durchgehen was wir alles geschafft haben in den sieben oder sieben waren das einer hat nur mit der siebten immer bei der achten glaube ich egal zumindest das ist jetzt die zusammenfassung folge 2 bis 8 also ich bin jetzt mein gmod das so fliegen kann und deswegen mal dahin was ich alles in der zeit geschafft habe aber wir geschafft haben denn wir haben unsere base etwas erweitert wir haben was jetzt kurz gefasst wir haben eine runde besiegt schon in der folge auf screen schon vorbereitet ich möchte in der folge jetzt in der nächsten folge wenn ich es schaffen möchte ich gerne uns Werkzeug von wir haben einen arm starten errichtet hier kommt dann noch ein bisschen überraschungsbau rei das ist von der vorbereitung gewesen das war auf screen in der letzten folge da hinten war natürlich auch noch ein paar überraschungen später erwarten da war natürlich nicht ich kenne ja meine mitspielerin wir haben ich sage nur dschungel ich kenne dich ich habe ein haus angefangen zu bauen ich weiß aber jetzt nicht in welcher folge hier was passiert ist aber das ist mir relativ egal bin ich mal ehrlich ich habe hier oben immer sieht habe ich ein kingsleim hat hier macht zumindest mal ein kingsleim müssen einmal bilder ob man hat es gegangen mindestens einmal hier oben wachsen brotania pflanzen ja das haben wir noch zu erreichen ja ich kann leider nicht in die map reingucken deine map wird sie doch gesettet haben das könnte man leicht machen wir müssen noch mal die welt bei mir starten dann muss ich dir einfach nur die koordinaten von 1 auf 2 und dann ist das bei euch nicht verbrauchen alles gut wir haben nämlich die welt bei mir gelöscht das ist glücklich wir vermuten dass es daran liegt dass ich das server war wenn ich aufgenommen habe ja du hast aber im hindergrund aufgerendert nein habe ich nicht da habe ich nicht aufgenommen von dem fest ohne scheiß habe ich nicht aufgenommen ich habe nur gerendert wo wir aufs bühne gespielt haben habe ich mir gerendert im hindergrund kein schaff haben wir heute noch darüber geredet ja ich habe gerendert während wir aufs bühne gespielt haben jetzt habe ich gedacht dass die renderung im arsch gegangen ist wo ich minecraft gespielt habe im hindergrund was aber nicht so war ist aber auch egal wie herum und dass ich versucht habe auf hier kauf zu nehmen diese bilder kann sich keine sau tun deshalb müssen wir es halt so hinnehmen dass die verfolgen futsch sind aber wir werden jetzt im gewohnten standard weitermachen und werden mal zusehen was wir kriegen und ich werde mir jetzt mal in dieser sonderfolge mein inventar wiederholen unsere inventare wurden nämlich in kisten gelagert wegen den rüberschrieben würde es sonst zehn oder mehr mein inventar haben deshalb waren wir das zeug hin und her geräumt dass das ja bloß nicht passiert wir haben ja zumindest jemand der das macht während ich arbeiten bin stimmt ja hast du das mal schnell erledigt für mich das hätte ich heute nämlich von alter aus gesehen damit ich dem scheiße nicht noch machen willse ich habe das nicht gewollt machen wollen und ich merke es gerade ich habe scheiße nicht laufen ich muss mal die vxp wieder rein und ich habe im g-mod die xp rausgeholt ich habe wirklich laufen und ich brauche ein bisschen mehr ich brauche ein bisschen mehr ich bin nicht so wer ich so weiß ähm ich mache das alles wie viel level hat es schon bei 26 ne ja 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 das ist das ja 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 ich kann ja 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 Kommst du mal in Game-Mode geflabbert und mal neben mir erstellen? So ein Pfandmeer so, genau. Einmal ganz kurz. Möchte ich gleich so in der Folge hier Pfandmeer machen. Das erklärt dann auch warum Kinder wohl jetzt großen Kaxi-Restive-Skin hat, weil das Problem ist einfach, ihr Skin wird mir nicht anders, dass er wieder sauber ist. So, hopp, hopp. Kannst du mal mehr geschehen machen? Eigentlich brauchst du mir nicht mehr irgendwie. Wir sind auch mittlerweile, dass es vorbei ist. Ja, aber ich hab nicht um 90 einen coolen Skin rausgesucht, wenn ich mich nutze. Das ist auch falsch. Ja, ich kann mir auch nicht rufen, wenn die Bruch ohne mich macht. Ja, ich werde trotzdem mal rufen, dass ich da ins Skin ohne mich angezeigt bekomme. Aus Selbstverständlichkeit. Zur Not muss ich das, dass meine Meta alles diebst, automatisch auf die Nummer nehmen. Könnte sein, dass man manche Sonntnisse aussehen. Aber das ist dann auch falsch. Egal, ach ja, dann gehen wir kurz noch was hier machen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Wir haben den Tunnel noch ausgebaut. Ein bisschen zumindest. Also der erste Punkt für die Bahn ist schon gebaut. Und da geht es ab wie weh gesehen noch. Weiter haben wir noch nicht gebaut. Wir haben schon im Grunde noch alles geschafft. Ja, da waren viele Gold und so. Ja, da war ja eigentlich schon. So, das war's eigentlich. Die komplette Zusammenfassung dieser Komplettkologen in einer Folge. Oder haben wir noch was Wichtiges vergessen? Nee, ähm, nee. Das war so gut. Zusammenfassung, so fast. Die Folgen natürlich sind alle länger. Ja, das ist klar. Ja, die Folgen gingen immer so zwischen 20 und 30 Minuten. Ach, die Bussi muss ich schon wieder nerven. Also, wir werden auf alle Fälle jetzt weitermachen. In der nächsten Folge könnte euch aber freuen, geht es hier weiter. Also, ich würde jetzt nicht großartig was machen. Ich würde nach der Folge erstmal gucken, ob es so hinhaut. Ich denke mal schon. Ich werde trotzdem mal gucken. Ja, ist besser. Weil, wenn nicht, dann muss ich meine Qualitätsrunde drehen. Und das möchte ich euch leider vermeiden. Weil ich jetzt aktuell auf 700p jetzt leider mal, wie viel P sind das? 720. Ja, 720p aufnähermacht. Und das nicht auslassen? Das muss ich jetzt noch? Nein, das sind 720p. Ich habe das wieder runtergedreht. Weil ich es einfach nicht wollte. Nein. Ich kann ja mal kurz schauen in meinen Aufnahmprogramm. Ich kippe ja nicht aufnehmen. Video. Ich nehme aktuell auf in 1280x720. Ja. Also, 720p. So. Und... Die AK wird, glaube ich, auf längere Zeit für mich nichts wert. Laut meinen... Ein Mithelfer von manchen Folgen von mir. Also hier da... Philipp. Aber jetzt mal lieber Schorli. Auf so einen Festnamen kommt Schorli. Schorli. Ja, hast du gesagt Schorli? Ja, das klingt immer wie Schorli. Auch schon Schorli. Ähm, der hat gesagt für... Ich vermute mal, dass du für 4K Gaming einfach am besten wichtig bist. Ja, ist klar. Ja. Ich sollte vielleicht erstmal an der Karpikata anfangen. Und erstmal eine ordentliche Wasserflügel reinfahren. Aber egal. Das war auf alle Fälle jetzt diese Folge. Die Sonderfolge. Ja. Nehmen wir gleich noch 1-2 Folge hinterher auf. Ja, genau. Das ist ja die Sonderfolge, die morgen einfach vor der Anfang kommt. Also, erst die Sonderfolge und dann kommt die richtige Folge. Also, freut euch. Ja, das ist eigentlich auch eine richtige Folge. Bloß halt die Zusammenfassung von Folge 2 bis 8. Ja, das war aber ein Versehen und ich will ja nicht um die Frage. Das ist nicht blöd. Ne, ist doch egal. Ich will noch eine richtige Baufolge machen. Ähm, warte, ne, da ist ja eine Erfundungsfolge. Das ist ja eine Dantenslatschung oder was, keine Ahnung. Mal gucken. Also, wir haben noch einiges vor. Und... Äh, mein lieber Schorli sagte schon, er baut das Schloss. Er baut es. Auch wenn er da dransitzen wird. Aber er baut es. Also, ich glaub nicht, dass er das so dransitzen hat. Ja, okay. Dann würde ich sagen, dann ciao und wir sehen uns in unserem nächsten Folge. Okay. Und ciao.